Schmalensee hier. Was bietest du uns, Schmalensee? Heute am 21. Ferienwohnung besetzt. 21. September 2012. Haus von Privat zu verkaufen. Rechts geht es nach Belau. 430 ist das hier, die Bundesstraße. 430 erlaubt. Straße auf der See, der Schmalensee. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 4. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. umdrehen, das können wir machen. Spalensee neigt sich dem Ende hier. Und vielleicht fahren wir auch geradeaus. Das machen wir und tschüss.